hallo und herzlich willkommen zur ich glaube 171 folge oder so von project as hell 5 ja diesmal nimmt obs auf ich hoffe das bleibt so und nicht dass es wieder mit einmal weg ist wie das letzte mal ja nun gut das letzte mal in der space station was gemacht habe ich jetzt nicht mehr eigentlich noch zwei drei blöcke platziert ein paar elevator und das war's ich habe jetzt erst mal was anderes vor und zwar habe ich ein bisschen paris seien und prismarine und zwar fangen wir unten schon mal an und machen schon mal das und dann erkläre ich warum wir das machen so es gibt strom dann packen wir einmal 42 hier 42 hier 20 da also es sind mehr als ich brauche aber ja so und ich wollte mal gucken kann ich eigentlich einen hoppott runter packen habe ich noch eine das machen jetzt kurz so kann ich ja ok ok warum machen wir paris ich habe vor ein solar array zu machen also so ein solar panel controller und solar panel von environmental tech warum ganz einfach weil sie in dieser version nicht wie in der 1 12 version von environmental tech noch op sind und ja also zum beispiel wenn wir mal gucken flupp das tier 1 macht 650 erf pro tick und das tier 2 macht schon 3600 natürlich verbraucht es wesentlich mehr solar panel und structure block und was weiß ich nicht aber ich habe vor das jetzt erst mal als ziel zu setzen dass wir praktisch dann die solar panel machen können so ein bisschen mein ziel deswegen mache ich da unten das paris weil das brauchen wir nämlich für diese dinge so dann brauchen wir noch ein paar goldplatten und alles mögliche und wie gesagt daran setze ich mich jetzt ein bisschen gebe das schon mal in auftrag achso die goldplatten konnte ich nicht autografen stimmt das habe ich nie beigebracht das vergesse ich immer so ich weiß eh nicht warum und warum ich es jetzt nicht mache also ist egal zu viel brauchen wir ja auch nicht so äh problem ist wir brauchen dafür noch dann structure blocks und zwar tier 2 wenn ich das tier 2 array machen möchte brauche ich tier 2 structure blocks davon brauchen wir 24 ne warte 10 was genau 24 25 solar cell und 24 structure blocks äh ja das heißt wir brauchen 24 hiervon und 24 davon gucken wir mal was wir hier schon haben ähm nichts wir brauchen einen haufen stahl noch ok ich habe ein bisschen stahl ich nutze mal das so und bestelle nochmal 200 stahl so ok dann machen wir mal 2 mal gears draus flap flap so dann haben wir nämlich schon mal die gears drin ne wir brauchen dann noch einen haufen gold gears äh warte mal wie viel brauchen wir erstmal wir brauchen hier brauchen wir auch 2 ok das heißt wir brauchen warte mal wie viel kriegen wir hier raus aus einem ding durch 4 16 ne also 32 32 32 das reicht noch nicht mal ganz wir brauchen noch mehr stahl gears brauche noch mehr mauchen wir noch mal 8 mehr da sind wir jetzt bei 40 das sind 20 da fehlen immer noch dann 8 hab ich noch ich hab nicht durch zufall noch stahl hier nö haben ein paar gold gehen die müssen wir auch noch machen ja ok ja gut wir kriegen ja langsam noch stahl dazu acht brauche ich noch also 32 stahl müssen wir gucken inwiefern wir da am ende zu rande kommen das akkert schön ab wunderbar brauchen wir noch mal gold wie gesagt brauche ich ja mindestens genauso viel das heißt 16 32 48 48 durch zwei macht 24 das heißt wir brauchen drei stacks genau das hatte ich vorhin ja eigentlich schon ausgerechnet beim stahl ich weiß nicht wer mich jetzt wieder vergessen hat so wie viel liegt jetzt noch hier 24 ok schmeißen wir das mal mit drauf und dann gehen wir kurz noch in so ein palace gucken wie sie es da aus elf hauber gut alles klar das sollte ja dann eigentlich theoretisch passen jetzt kann ich auch weg machen hier muss nicht hier sein ok ich hatte gerade angst dass es irgendwie nicht funktionieren soll im grund aber es funktioniert noch alles gut so das heißt wir brauchen noch die stahl was fehlt in der mitte bio tide davon braucht 24 blöcke das war mir so klar ok auf ins end warte mal ich habe kurs frucht aber nicht die kore ist lauer also die poppt aber die kann ich machen ich habe nämlich folgendes gerade mal vor wir machen uns jetzt unser eigenes endportal jetzt brauchen wir das ding einmal dafür brauchen wir eine ghast tier die kann man ganz schnell machen so ein evil tier dann brauchen wir noch eine end rot dann brauchen wir noch ein bisschen obsidian ich war da noch ein endstone drüber moment kein moment klein manen cl pinch klein man wir brauchen also ich nehme malwerten das muss da sein also equipped und dann bauen wir das end portal einfach erst mal хорошо wohin wo es niemanden stört das ist eine gute frage wo das genau ist haben wir unten noch platz wir haben noch platz aber ich weiß nicht ob ich das nicht machen will keine ahnung wo ich das hinpacken will okay packe ich es erstmal hier draußen irgendwo hin das war ansonsten mal eine neue evil tier machen kann ich eigentlich das noch irgendwie anders machen das heißt ich muss dann theoretisch creeper wieder töten ohne ende okay ich baue es erstmal hier so dafür brauche ich eine schaufel flap 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 wo ist das beziehungsweise ich mach's mal anders ich mach das mal so jetzt habe ich trotzdem mit dem weggemacht. Ich bin vielleicht ein Honk. So. Okay. Gut. Dann brauchen wir hier unten ein wenig Endstone. Dann brauchen wir ein... Das sind Kohlblöcke und keine Obsidian. Warum habe ich... Egal. So, dann machen wir einmal. So, das kann auch hier bleiben. Job, 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 job. So, und dann muss in der Mitte... Ich glaube, es sind zwei Blöcke. So, dann noch mal zwei. So, und dann kommt hier die Endrot hin. So. Wir machen es an. Und hier haben wir unser kleines Artificial Endportal. Ja. Und das bleibt nur so lange da, wie die Struktur intakt bleibt. Das heißt, wenn wir irgendwas kaputt machen, geht es kaputt. Gut. So. Äh, was wollte ich nochmal jetzt aus dem End holen? Biotide, ne? Ich glaube, so Biotide. Hab ich... Äh, ja. Gut. Auf geht's. Oh, ich merke gerade was. Warte mal. Oh, verdammt. Das tut mir leid. So. Es war nicht mittig. Es war nicht mittig, die Aufnahme. Och, nö. Okay. Ähm. Es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen nach oben geschoben war, irgendwie die Hälfte der Zeit. Es ist ja jetzt behoben, aber trotzdem ist es doof. Äh, ja. Ich entschuldige mich. Und suche weiter nach Biotide. Da haben wir es doch. So. Dip-di-di-di-di-di. Ja, Ender-Biene ist ja gut. Ich gehe ja schon. Das ist auch noch Biotide. Ich habe noch Labi schon alles mögliche. Und bin ich. Ich suche nicht Shane. Ich gehe jetzt. Gut. So, das. Was ist das eigentlich? End-Coal-Oar. Okay. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ich lasse nochmal mit. Wir haben jetzt, äh... 16. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich glaube, das sollte ja schon reichen, ne? An Blöcken. Ich nehme trotzdem nochmal ein kleines bisschen mit. Wenn ich noch was finde. Ja. So. Jetzt nehmen wir nochmal kurz ein bisschen mit. Wenn wir einfach nochmal was haben. Falls wir irgendwann nochmal ein bisschen was brauchen. So. Ich möchte gerne irgendwas abbauen, wo ich stehen kann. Das ist sonst doof immer. Ich die ganze Zeit noch fliegen muss hier. Weil dann dauert es nämlich alles 10 Mal länger. Und darauf habe ich keine Lust. Und ja. Gut. So. Das reicht. Gut. Dann machen wir es wieder heim. Ja. Haben wir jetzt unser kleines eigenes End-Portal. Ist das Schild? So. Gut. Äh. Zack. 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 Das geht eigentlich auch erstmal weg. Gut. So. Ähm. Hat ich das oben? Oder hast du hier wieder reingelegt? Und was habe ich damit gemacht? Scheint gar nichts. Okay. Äh. Structure Block. Schreiben müsste man noch können. Und dann brauchen wir das hier. So. Wie viel Stahl haben wir? Na wunderbar. Guck mal. Da können wir doch klein nochmal einen halben Stick rein machen. Und dann haben wir das auch. Klasse. So. Bereiten wir hier schon mal vor. Das Ding da hin. Zapp. Zapp. Jetzt dauert das natürlich eine halbe Minute. So. Wir haben 20. Dann brauchen wir jetzt noch die Leads-Din. Und dann brauchen wir noch mal die Leads-Din. Das sind jetzt 23. 24. Wunderbar. Klack, klack, klack. 24 Stück Hammer. Upgraden. Also brauchen wir dann auch nochmal für die Solar-Pelle. Uuuuh. Verdammt. Okay. Ich brauche noch wesentlich mehr Stahl. Ah. Okay. Wie können wir davon schon mal machen? Eins. Weil ich keine Basic Circuit mehr habe. Und im Endeffekt auch für 24. Also 48. Ich lege das mal weg. So. Äh. Also. Wir brauchen mehr Restonia. Hätt's gedacht. Ähm. Mann, ey. Immerzu klappt nix. Immer fehlt irgendwas. Gut. Naja, gut. Ne. Ähm. Ja. Letztes Mal hat man ja die. War ja. Wollte noch irgendwas dazu sagen. Weil wegen Unstable. Jetzt hier. Äh. Äh. Ja. Naja gut. Äh. Also. Es ist auf jeden Fall. relativ gut fortgeschritten mittlerweile. Ich bin echt. Ich bin echt stolz, dass es soweit schon jetzt. Äh. Ist das im Endeffekt. Ja, die Energie muss halt noch gemacht werden. Das, was ich schon erzählt hatte. Weil das ist eigentlich das nervigste und schwerste. Die ganzen Generatoren und so weiter so anzupassen. Und das am Ende. Man sagt. Man sagt. Das, äh. Ist okay. Und nur weil ich es heute gesehen hatte. Der, ähm. Atomic Constructor ist ein schöner Block. Wenn man jetzt zum Beispiel so. Bestimmte mit den Blöcken umwandeln will. Und was weiß ich nicht. Das ist ja echt schön. Das einzig doof an dem Block ist nur. Ähm. Dass er von Actually Editions ist. Ne, äh. Wirklich. Actually Editions. Oder beziehungsweise auch manche Rezepte vom Atomic Constructor. Beispielsweise die, äh. Prismarine Shards. Jetzt mal als Beispiel. Normalerweise müsste ich. Guardians jagen. Damit ich hier Prismarine Shards. Die droppen die ja. Auch die normalen. Äh. Und ich kann noch so einen Guardian Spike bekommen. Und die Guardian Spikes kann ich dann halt zum Beispiel nutzen. Um daraus nochmal 5 Prismarine Shards zu machen. Und das ist eine schöne Möglichkeit ist zu farmen. Aber ich muss es halt farmen. Ähm. Was es halt im Endeffekt doof macht. Natürlich. Verstehe ich. Äh. Für. Jemanden der jetzt schnell irgendwas haben will. Ist logisch. Da ist der Weg mit dem Atomic Constructor besser. Aber es ist trotzdem doof für Rebalance. Weil. In der Atomic Constructor. Muss man theoretisch früh machen. Oder halt sehr spät. Da kommt es halt drauf an. Was man damit machen kann am Ende. Und ich muss ehrlich sagen. Da gibt es schönere Möglichkeiten. Bei Guardians. Im Endeffekt kann man sie fangen. Kann sie spawnen. Von daher. So. Und mal. Basic Circuit. Wir haben alle. Warten mal kurz. So. Wir haben die 24 davon. Und die müssen wir jetzt weiter bauen. Zu denen. Dafür brauchen wir Diamant Gears. Und Advanced Circuit. Das heißt. Wir brauchen. Äh. Refined Circuit. Brauche ich dafür Basic eigentlich? Ja. Okay. Das heißt. Ich brauche nochmal 48 Basic Circuit. Wir brauchen diesmal gar nicht so viel Wristonia. Wie ich gerade sehe. Das ist schön. So. Moment. Flap. 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 Dann können wir das nämlich sogar noch machen. Dann haben wir schon mal die Tier 2 Structure Frames. Dann müssen wir noch die Solarpelle machen. Die Solarpelle brauchen halt dann nochmal Tier 1. Aber. Wie gesagt. Dann brauche ich nochmal Stahl. Ich meine. Wir haben im Moment einen Stack zusammen. Waren wir mal 400. Unser Eisen geht auch langsam zugrunde hier. Was mich halt so ein bisschen stört. Ich wollte gerne die Mining Mission hier machen. Von den Warns Rocketry. Weil ich ein. Video gesehen habe. Wo einer einen Asteroiden gemeint hat. Der irgendwie. Acht Kisten voll gemacht hat. Mit. Redstone. Mit Eisen. Mit gemoddeten Ärzten und so weiter. Aber der muss das wahrscheinlich manuell angepasst haben. Für sein Modpack. Oder hat ein Modpack genommen. Wo das angepasst wurde. Ich habe keine Ahnung. Weil bei uns ist das Maximale. Was wir kriegen. Eisen. Gold. Oder halt. Iridium. Wobei Iridium selten ist. Wo ich halt nochmal gucken werde. Dass ich. Das dann halt. Das will ich unbedingt anpassen. Für die nächste Staffel. Weil. Das ist was. Was ich gerne machen würde. Dass wir nächste Staffel. Praktisch. Meinen. Mit Hilfe von Asteroiden. Ich will das gerne machen. Solange halt die Satelliten. Nicht verschwinden. Und so weiter. Was immer ein bisschen doof ist. Können wir halt. Einen Haufen machen. Können wir echt. Einen Haufen machen. Und darauf freue ich mich. So sehr. Refine Circuit. Warum habe ich das immer. So. No crafting CPUs are available. So war ja die große Hilfe nutzt. Gut. Cancel mal das. Das ist ja eh unterwegs. Das kann ja unabhängig vom Terminal laufen. Refine Circuit. Ach. Refined. So. Achso. Und. Nur zur Information. Nur mal so. Extra Utilities ist immer noch draußen. Und das kommt auch nicht rein in Unstereo 6. Genau wie Actual Editions nicht reinkommt. Bei Actual Editions ist glaube ich klarer als Extra Utilities. Deswegen wollte ich das nochmal so ein bisschen klären. Warum eigentlich ich das so machen. Oder warum wir das jetzt so machen. Die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Extra Utilities macht Dinge extremst einfach. Ich weiß das ist für viele Leute kein Argument. Aber. Man kann natürlich alles schwerer machen. Von den Zepten. Beispielsweise Watering Can. Ist an und für sich. Nicht unbedingt toll. Es ist wunderschön. Dass man alles mögliche beschleunigen kann. Aber wie gesagt. Man kann alles mögliche beschleunigen. Und vor allem. Was Extra Utilities auch einfügt. Was sind die Ender Lilies. Und die Red Orchid. Und diese beiden Sachen. Können halt. Beispielsweise. Ich habe es ja getestet. Ich habe mit. Mit einer Automatisierung. Habe ich über Applied Nugistics. Habe ich die ganze Zeit hier. Gras zerstören lassen. Und habe alles eingesammelt. Wo ich halt. Aufs Maximale gespeedelt habe. Dann auch hier mit dem Creative Ding. Die ganze Zeit Gras platzieren lassen. Und so weiter. Und ich habe es alles zerstören lassen. Und es kamen. Immer Ender Lilies raus. Ob ich es ausgeschalten habe. Oder nicht. Es kamen immer Ender Lilies raus. Das hat mich genervt. Und. Ender Lilies sind. Doof. Sie sind schön. Aber sie sind auch doof. Sie sind verdammt doof. Weil. Eine Ender Perle. Durch eine Ender Lilie. Ist. Sehr sehr einfach. Das müsst ihr zugeben. Äh. Brauchen. Drei Stacks. Ja. Deswegen. Oh. Moment. Okay. Wir müssen Creeper äußter formen. Drei Stacks. Ich habe da nicht dran gedacht. Verdammt. Nein. Ah. 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 Verdammt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich das machen will. Ja. Äh. Und dann gibt es noch andere Blöcke. Jetzt. Ich. 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 Zähle noch wegen Extra Utilities fertig. Äh. Es gibt zum Beispiel Blöcke. In Extra Utilities. Die. Ähm. Wie hier den. Die Energy Node. Oder wie das Ding hieß. 10.000 RF pro Tick. Ungelimited. An alle Outputs. Und alles halt über die Transfer Pipe. Das heißt es ist absolut. Der Horror zum Balancen. Und ich will nicht. Ähm. Die Energy Node beispielsweise. Das Problem ist. Ich müsste so viele Sachen dann teilweise rausnehmen. Ich müsste. Äh. Die. Müsste manche Blöcke wirklich komplett disablen. Was einfach nur. Ja. Das ist halt. Ich weiß nicht. Mich stört halt in Extra Utilities am meisten. Dass man es nicht anpassen kann. Man kann die Rezepte anpassen. Von außen. Aber nicht von innen. Wenn ihr versteht. Was ich ungefähr meine. Weil das Problem ist. Ähm. Sagen wir mal als Beispiel. Äh. Ja. Jetzt sagen wir mal. Ähm. Na wo hab ich's denn? Ich hab da eben gesagt. Was für ein Block. War der hier noch gar nicht drin? In der Version? In der Version war noch gar nicht drin. Also wie gesagt. Zum Beispiel halt so ein Transfer Utilities. Ich könnte das. Äh. Rezept sauteuer machen. Aber dann macht's keiner. Und es macht keinen Sinn. Das sauteuer zu machen. Versteht ihr? Das ist so dieser Konflikt. Ich könnte es lassen. Dann brauchen wir aber niemals Kabel. Weil 10.000 F pro Tick. Das heißt man kann alles über Extra Utilities machen. Mache ich's teuer. Müsste es theoretisch. Wollen wir mal gucken. Hier hat man's glaube ich nicht angepasst, ne? Äh. Die Resonant. Kann 25.000 übertragen. Signal nur 16.000. Also in unserem jetzigen Modpack. Haben wir ja die Werte hier runtergeschraubt. Äh. Das heißt das Ding macht. Knapp über 10.000. Das heißt die müssen im Endeffekt. Wie eine Resonant sein. Allerdings. Hilfe. Allerdings gibt's einen feinen Unterschied. Die Transfer Note. bei Extra Utilities. Ist nur der Input. Der Rest funktioniert alles über die Transfer Pipe. Das heißt es müsste wesentlich teurer sein. Weil man braucht nur ein so ein Ding an eine. Äh. Energy Cell oder irgendwas ranzupacken. Und kann mit billigen Kabeln weggehen. Wenn ihr jetzt so. Die Argumentation versteht. Entweder man macht den Block extrem teuer. Dann macht den aber keiner. Dann macht jeder hier den normalen Ducts. Äh. Oder man lässt es billiger. Dann ist aber sofort. Die Balance wieder hin. Was Energie angeht. Und wie gesagt. Ich kann nicht einstellen. Wie viel das Ding überträgt. Ich würde einfach nur so gerne überträgt. Ey. Das Ding kann nur 256 F pro Ticket übertragen. Fertig. Problem gelöst. Ich hab. Bin absolut zufrieden. Aber das geht alles nicht bei Extra Utilities. Das einzige was man bei Extra Utilities in Optionen machen kann. Ist. Blöcke ein oder ausschalten. Also dass sie gar nicht im Spiel sind. Und was weiß ich nicht. Aber ich will nicht. Also ich hatte da. Mit Flip mal eine Weile gesprochen. Habt. Weil. Es ist doof. In Mods. Blöcke. Komplett zu disablen. So dass sie gar nicht erst im Spiel sind. Beispielsweise bei Extra Utilities oder so. Es macht keinen Sinn. Es macht Sinn. Wenn man jetzt beispielsweise 5 Ingills hat. Dass man da die anderen 4 disabelt. Aber. Der Rest macht nicht unbedingt Sinn. So. Ich wollte die Äußer formen. So. Machen das wieder hier hinten. Machen das wieder hier hinten bei dem Ding. So. Ich weiß gar nicht ob der Spawner dann überhaupt Creeper spawnt. Wenn hier Tag ist oder ob ich Nacht machen muss. Muss ich gleich mal gucken. Ich will jetzt erstmal den Spawn mit. Ja. Also wie gesagt. Ihr erkennt so ein bisschen das Dilemma. Oder auch manche Dinge. Die ich einfach gerne anpassen würde. Betreffend. Ach jetzt weg. Ähm. Muss ich erst wieder alle platzieren. Das ist das was ich nicht wollte. Blaze. Enderman. Zombie. Skelett. Spinne. 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 Skelett. Es ist nicht drin. Ich leg das unten rein. Fiste. Okay. Hoffe ich mal. Bär das jetzt weg. Gut. So. Okay. Äh. Habe ich eigentlich noch Speed Upgrades? Nein. Ja. Also wie gesagt. Jetzt erkennt ihr so ein bisschen das Dilemma. Hoffe ich mal. Äh. Man will nicht Dinge disablen aus einem Mod. Aber. Man müsste es tun. Weil andernfalls gibt es keine. Richtige Lösung. Ist mal doof gesagt. Eine zufriedenstellende Lösung in meinen Augen. Äh. Eine Schere habe ich. Den Spawner habe ich. Äh. Und wir haben mehr als genug Möglichkeiten. Andere Dinge noch herzustellen. Äh. Äh. Zu machen. Beispielsweise haben wir dank. Ähm. Random Things. Es gibt dieses. Äh. Ich weiß gerade nicht ob das hier schon drin ist. Wir haben einmal das Lapis Glas. Das ist nicht das was ich suche. Quarzlamp. Ja. Man kann zum Beispiel hier eine Lampe machen. Die Licht macht. Äh. Mobs spawnen trotzdem noch. Aber das ist nicht was ich suche. Nein. Es gab noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Egal. Ähm. Jedenfalls haben wir einen Haufen Dinge auch um Mobs Spawner beispielsweise anzumachen. Dass sie laufen. Und was weiß ich nicht. Okay. Es muss wahrscheinlich Nacht sein. Ähm. Klapp. Dann machen wir das mal ganz kurz. Achso hier ist ja Licht. Ähm. Tschau Licht. Machen wir mal zukommen. Ist auch egal. Das ist gar nicht woher jetzt hier überhaupt noch so viel Licht kommt. Wären wahrscheinlich draußen direkt vor der Tür noch ein Haufen Lichter sein. Macht der Block hier Licht? Ist das nicht dein Ernst? So. Theoretisch kann was spawnen, ne? Always on. Warum spawnst du nichts? Es ist doch nicht wahr. Es ist doch einfach nicht wahr. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass wir ein bisschen besser an die Creeper-Sachen kommen. Mal gucken. Das nervt mich gerade. Nun gut, wie gesagt, ich habe ja nochmal ein bisschen was gesagt, jetzt hier wegen Extra-Tilties als Beispiel. So müsst ihr es euch vorstellen, wenn ein Mod nicht drin ist, dann hat das meist solche Gründe. Dass sie entweder doof sind, was Anpassung angeht oder ich an und für sich keinen Sinn sehe, diesen Mod mit reinzunehmen. Extra-Tilties ist ein schöner Mod. Ist an sich auch wirklich schön gemacht. Aber er macht mehr Probleme für einen Pack, finde ich jetzt persönlich, als dass er sie löst. Vor allem die einzigen zwei Sachen, für die ich Rezepte machen kann, ist für den Firnis und für den Resonator. Ich glaube noch den Crusher maximal. Ich weiß gar nicht. Ging der Crusher überhaupt? Ich glaube, es waren zwei oder drei Blöcke, für die ich noch was machen konnte. Mehr ging einfach nicht. Ja. Deswegen... Ja. Ich mach jetzt das tun mal. Ach ne, nicht mal für den Firnis. Nur für den Crusher und für den Resonator. Das sind die einzigen zwei Dinger, für die ich in irgendeiner Form oder zu machen kann. Ja. Ja. Oder was anpassen kann. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Ja. Ich kann ja nicht mal die Grid-Power-Werte anpassen oder so, weil das ist das nächste, der Angel Ring. Ich würde gern, dass er 500 Grid-Power verbraucht. Oder noch mehr. Es wäre so schön, aber es geht nicht. Und deswegen... Raus und das war's. Ja. So. Ähm. Ich weiß immer noch nicht, wie der ein Creeper aus Stockholm soll. Ähm. Ich pack's erstmal wieder unten rein. Ach man. Nun gut. Ich seh aber, die Folge ist zu Ende. Ähm. Deswegen... Hätte ich jetzt gesagt, ich bedanke mich jetzt erstmal trotzdem fürs Zuschauen. Ähm. Ich hoffe, es hat euch... Ähm. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen vielleicht gefallen. Man sieht sich vielleicht demnächst mal wieder. Können sie in der Void-Dimension könnte ich sonst nochmal einen Raum machen. Und da versuchen vielleicht die Creeper zu formen. Mal schauen. Ja. Aber wie gesagt. Äh. Ich überleg mir da was. Und ansonsten mal ein Tier 1. Ähm. Ja. Das ist nämlich doof. Die Diamanten habe ich. Das Problem ist einfach nur... Ich hab die Äußere nicht. Gut. Ja. Na ja gut. Dann. Äh. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Und ja. Ciao.